Du hast deine eigene Persönlichkeit und du hast deine eigene Art, wie du Deutsch lernst und du bist auch auf einer bestimmten Stufe und ja, es ist natürlich ganz anders, als andere Leute lernen oder in gewissem Sinne ist es anders, als andere Leute lernen und ich würde dir gerne sehr maßgeschneidert helfen. Ich würde dir gerne auf eine Art und Weise helfen, so dass wir direkt überlegen und sagen, okay, also du bist jetzt auf dieser Stufe, du lernst am besten mit den und den Techniken, mit der und der Strategie. Das ist ganz anders, als andere oder zumindest ein bisschen anders, als andere. Wir haben alle unsere eigene Persönlichkeit und deswegen möchte ich dir dabei helfen, maßgeschneidert Deutsch zu lernen. Und deswegen biete ich dir an, ein kurzes Gespräch mit mir zu führen und wir werden gemeinsam einen Plan für dich erstellen. Ich habe diese URL schon einmal erwähnt und ich hatte eigentlich erwartet, dass ich ganz viele Anrufe bekomme, aber noch nicht so viele Leute haben diese URL oder diese Möglichkeit genutzt und ich nehme an, das liegt daran, dass manche von euch schüchtern sind oder dass manche von euch nicht so gutes Internet haben. Da gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, wir können einen Live-Chat machen zum Beispiel. Und ich möchte dir diese Möglichkeit nochmal ans Herzen legen, weil ich das auch nicht die ganze Zeit machen kann. Also irgendwann werde ich sagen, okay, jetzt ist die Möglichkeit vorbei, jetzt kann man mich nicht mehr anrufen. Jetzt gibt es noch diese Möglichkeit und es ist manchmal seltsam, wie schwierig es ist, einfach so Hilfe zu geben, ohne jetzt immer Geld dafür zu verlangen. Natürlich werde ich auch dir Vorschläge machen, wie wir einen Deal machen können, wie ich dir noch besser helfen kann. Aber erstmal das Angebot ist, okay, wenn du überlegst, Geld zu investieren, aber ohne Erwartungen, dass du auch Geld in Authentic German Learning investierst, kannst du einfach einen Anruf mit mir planen. Du musst kein Commitment machen. Das ist einfach ein Angebot von mir. Hey, ruf mich an und wir werden schauen, wie ich dir helfen kann. Und ich werde das natürlich auch maßschneidern auf dein Budget. Ich werde jetzt nicht sagen, okay, gib mir 1.000 Euro und ich helfe dir. Nein, wenn du sagst, ich habe nicht so viel Geld, okay, wie kann ich dir helfen für 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro. Und, oder 1 Euro, okay, 1 Euro vielleicht nicht unbedingt, das würde sich nicht lohnen, dann helfe ich dir einfach kostenlos, dann kannst du dir den 1 Euro schenken. Der Punkt ist, dass ich eben diese Möglichkeit dir gebe. Du kannst mich jederzeit anrufen, beziehungsweise kannst du jederzeit einen Anruf mit mir planen. Authentic German Learning Punkt Com Schrägstrich Call Und ich freue mich auf deinen Anruf. Okay, bis dann. Tschüss.